herzlich willkommen zu diesem kleinen wochen impuls für die woche vom montag dem fünften februar bis sonntag dem elften februar ich habe hier zwei decks gewählt einmal das fränken land und einmal haben wir das mystic palette ja womit fangen wir an ihr schaut erst mal du schaust erst mal welchen stapel du möchtest ob du die linke oder die rechte seite wählst und kannst dazu das video kurz anhalten damit ich hier nicht schon rein quatsche und du dich dann beeinflussen lässt also halt das ruhig an wähle es aus und dann lässt du das video weiterlaufen und ich beginne mit der linken seite und ich fange mit den lennon karten an die schauen wir uns jetzt mal an so da haben wir hier die eulen den turm und die wege die eulen bedeuten dass du in der vergangenen woche wohl eine recht stressige zeit hast oder dass du zumindest auch nervös warst gestresst war es ein bisschen hektisch vielleicht und das bedeutet aber jetzt hier mit dem turm in dieser woche dass du dich davon zurück ziehst also dass diese hektik für die kommende woche nicht mehr stattfinden wird dass du ruhiger wirst dass du wenn du dich zum beispiel mit bestimmten themen beschäftigt hast wo es um entscheidungen geht dann sagen die die wege hier dass du jetzt die entscheidungen treffen kannst das heißt also es ist eine woche in der du dich vom stress befreien kannst und in der du in aller ruhe neue möglichkeiten überlegen kannst auswerten kannst damit du entsprechend eine entscheidung für deine themen treffen kannst dann schauen wir mal welche karte wir jetzt hier haben ja und dann haben wir hier den ritter der schwerter und das ist ganz interessant weil der ritter der schwerter ist ein sehr impulsiver das heißt das ist jemand der wenn man es positiv ausdrücken will sehr schnell sehr spontan entscheidungen trifft meist viel schneller als sein umfeld dabei ist aber eben auch die gefahr besteht dass er zu schnell reagiert und dass dann die dinge die er da entscheidet zu kleineren fehlentscheidungen führen das heißt auch er bräuchte mehr ruhe und das deckt sich jetzt eben mit den lennomant karten dass es bei dir in der nächsten woche darum geht aus der ruhe raus entscheidungen zu treffen und nicht diese spontanen hektischen entscheidungen aus dem stress heraus weil die dann nicht überlegt genug sind und dann führen sie nicht zu dem ziel dass du gerne hättest also für dich in der kommenden woche in die ruhe kommen und in ruhe möglichkeiten auswählen möglichkeiten auch ja abklären abschätzen und dann erst die entscheidung treffen schauen wir uns den rechten stapel an wenn du den rechten stapel gewählt hast dann haben wir hier den fuchs das schiff und den park der fuchs heißt in diesem falle jetzt hier es geht darum klug vorzugehen und zwar geht es um deine ziele um deine sehnsüchte alles was du gerade im kopf hast was du gerne verändern möchtest wo du vielleicht dir neue ziele stecken möchtest darum geht es jetzt hier und zwar was dein auftreten im außen angeht ja also diese ziele auch öffentlich machen im außen zeigen was du für ziele hast was du für werte hast worum es dir geht und da geht darum klug vorzugehen also beispielsweise du hast jetzt einen job oder eine selbständigkeit und möchtest den mehr nach vorne bringen dann geht es darum kluges marketing zu machen wenn du jetzt als ziel eine urlaubsreise hat dann hast dann geht es darum mehrere anbieter mal anzuschauen um das beste auszuwählen ja also es geht darum in der nächsten woche alles was mit neuen zielen und neuen sehnen oder deinen sehnsüchten zu tun hat dass du das gut überlegst dass du das abwägst und dass du es erst dann in die öffentlichkeit bringst wenn du ja entschieden hast und genügend abgeweckt dass was das richtige ist jetzt schauen wie da die tarot karte zu passt das ist die neuen der stäbe und man sieht hier den soldaten der so in sich gekauert ist unten die ganzen stäbe hier ich halte es mal nähe fallen auseinander die bände haben sich gelöst und ja hier haben wir noch einen vogel der mit einem band in der hand hier ankommt und da weiß man nicht so genau was macht er bindet er diese stäbe wieder zusammen gibt er diesem mann wieder halt ist es eventuell auch hoffnungslos das bedeutet das jetzt für dich wenn du bisher das gefühl hattest dass du mit deinen zielen und sehnsüchten nicht nach außen treten konntest dass sich das nicht erfüllt hat dass du da nicht weitergekommen bist ja dann gehe hier nicht in die hoffnungslosigkeit und steck hier nicht ich sag mal den kopf in den sand ja sondern schau wie du dir vielleicht auch und das sagt die karte für mich dass möchte ich jetzt nicht als wahrheit im ganzen zu verstehen wissen manche deuten die karten sicherlich anders aber für mich ist dieser vogel jemand der von außen kommt und diese bänder wieder zusammenfügt damit wieder halt in diese stäbe kommt und das heißt du darfst auch von außen hilfe annehmen also manchmal neigen wir ja dazu in hoffnungslosen situationen wirklich den kopf in den sand zu stecken und zu sagen die kommen ich gebe auf ich rede damit keinem drüber ist mir unangenehm wenn ich in so einer situation bin und hier geht es aber darum lass dir auch von außen helfen manchmal kommt derjenige davon oder hat derjenige der von außen auf dich zukommt einen anderen überblick und kann dir viel schneller helfen eben deine dinge wieder zusammenzufügen damit es dir auch besser geht heißt es geht darum deine ziele zu überlegen klar zu sein was du erreichen möchtest und dann auch durchaus von außen noch mal hilfe anzunehmen wie du das am besten dann anstellt ja ich hoffe ich konnte dir einen kleinen impuls für die kommende woche geben kommentier doch mal gerne ob es dir gefallen hat wie immer wenn es dir gefallen hat gerne liken den kanal abonnieren die glocke aktivieren ihr wisst schon und ich hatte ja auch im letzten video mal gesagt dass es jetzt demnächst kostenpflichtige video kurse gibt für die die des lennemann karten legen noch vertiefen wollen oder ganz neu lernen die sind in der mache einer wird jetzt in der kommenden woche schon fertig sein den stelle ich euch dann gerne vor also habt eine schöne woche vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal